Und damit ein absolut geiles Hallöchen an der Bildschirm war draußen, der Absoor ist hier genauso wie kein, äh, keines, keines, React-Video, kann man fast sagen. Ähm, zu einer Fairy-Dame, äh, und zwar Telephone, wie man hier oben sehen kann schon, äh, Telephone Silly Moments 6 Twitter-Edition. Ähm, ich hab schon viele von denen gesehen, nur nicht das bisher, glaube ich zumindest, ähm, und es ist schwierig über sie irgendwas zu sagen, weil sie ist unglaublich gut. Die Dame, die in diesem Kostüm steckt, ist unglaublich gut. Telephone ist das erste Dutch Angel Dragon, ähm, wurde auch von der Dame, die Telephone hergestellt hat, wurde entwickelt hat, auch entwickelt. Also, Dutch Angels kommt von der Erschafferin von Telephone, ähm, und, ja. Ja, ich find sie super gut, es macht mir so Spaß, die Videos anzusehen, äh, die gezeigt werden von ihr und dachte, ich lass euch jetzt mal ein bisschen teilhaben davon. Ähm, das Video ist gemacht von Zach Love. Gerne draufgehen. Da sind alle Silly Moments vorhanden, vertreten. Und drück einfach mal Play. Ich hab keine Ahnung, ob diese Video überhaupt hochgeladen wird. Mein erstes React-Video. Ja, ich hab keine Ahnung, ob diese Videos anzusehen, äh, die Videos anzusehen, äh, die Videos anzusehen, äh, die Videos anzusehen. Ich hab keine Ahnung, äh, die Videos anzusehen, äh, die Videos anzusehen, äh, die Videos anzusehen. In der存 der Wo ist die Videos anzusehen? Ja, ich hab keine Ahnung. Warte, warte, warte We gotta take care of that We gotta take care of that We gotta take care of that It's just a long story but I have a picture with the Tyler I have a couple weeks to treat here so no for a pause It's running so much Yeah, the FIPS sounds like a lot I'm just taking a constant video Hell yeah It's all fun, say Hi Aqua Hi Aqua I'm sorry I'm sorry I think that's gonna sound I think that's gonna sound Oh my god, there she is. Hi. Oh my god. Hi. Oh my god. Hi. Sorry. Oh goodness. Oh my god. Guck! das einfach super, ey. Da bin ich jetzt grad so dieses Tier darauf reagieren will, weißt du? So. Einfach geil. Ja, das war so ein kleiner Einblick. Wirklich süß. Man kann sich wirklich mehrere Sachen von mir angucken. Super, super lustig. Super lustige Dame. Auch die hier, wo ich sie grad sehe. Eddie Boywo oder wie er heißt hier. Die ist eigentlich eine sie, aber der Charakter ist männlich. Super, super cool. Super sympathisch. Auch hier. Also ich muss es auch hier zeigen. Hier die Dame. Hat die Boyow oder Boywo. Und hier Sparky. Super coole Dame. Ähm, Furry sind einfach geil. Es gibt mehrere Teile. War jetzt nicht eins der stärksten auf jeden Fall. Aber es ist wirklich super, super toll ihr dabei zu sehen, wie sie diesen Charakter einfach lebt. Wie sie Spaß an diesem Charakter halt einfach hat. Wie die Leute Spaß an diesem Charakter haben. Ähm. Und, äh. Ja. Verdient. Sehr bekannt. Würde ich sagen. Ja, das war einfach irgendwie jetzt so, keine Ahnung, so ein random Video. Ähm. Ein Deutscher reagiert auf amerikanische oder englischsprachige Furries. Wenn ihr auch irgendeinen Furry kennt, der super, super cool drauf ist. Super lustig ist. Auch ein paar interessante Videos hat. Und ich sollte mir auch mal angucken. Gerne einfach mal in die Kommentare schroten. Ich würde mich freuen. Ich bin nämlich jetzt sehr tief in diesem Furry-Tun drin. Ja. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Wir haben unten in den Vorboxen alle nötigen Links und Informationen. Auch zu diesem Video, zu diesem Kanal. Und auch zum Kanal von Telefon. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder online. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Und dann sehen wir uns hoffentlich.